Hallo euch allen, das ist mir da bei MandanFM19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle, das achte Spiel der Woche und wir treten an gegen die Denver Broncos, ein 97er Team. Ich ahne fürchterliches, was hier gleich in Mile High passieren wird, aber erstmal sehen wir den Return. Sanders kommt bis an die 26-Jahr-Linie, heißt meine Cowboys haben einen ersten Versuch und 10 und kommen mit ihrer Offense angeführt von Dak Prescott. Aufs Feld. So, wir stellen unsere Offense entsprechend ein. Ball-Carrier-Aggressive. Ne, ich kann es nicht auf Aggressive lassen, sonst fumble wieder den Ball-Carrier-Stadion. Ich kenne mich. So, erstmal müssen wir nämlich das Laufspiel etablieren, das heißt, es geht über Elliot über die linke äußere Seite. Da bekommen wir gute Blocks, auch von Eddie George. Siki hält den Ball gut fest. Wir haben einen zweiten Versuch und drei an der 33-Jahr-Linie. Da sind doch genau die Yards, die ich mir am ersten Versuch wünsche. So, wieder geht es über Elliot, jetzt laufen wir über die rechte innere Seite. Haben wir einen First Down, weil es an der 37-Jahr-Linie. Ich bin momentan immer nur dabei, den Ball ganz, ganz festzuhalten, damit hier um Himmels Willen kein Fumble passiert. Dass ich in den letzten Solo-Battlen alles weggefummelt habe. Das war nett, schön. So, neuer erster Versuch und zehn. Wir laufen mit Elliot über die linke äußere Seite. Eddie George ist wieder als Vorblocker da mit dabei, der macht das gut. Schöner Spin-Move, noch ein schöner Spin-Move. Und da hatte er zum ersten Mal die Chance, wirklich weit nach vorne zu kommen. Erster Versuch und zehn an der 42-Jahr-Linie der Broncos. So, wir bleiben mal beim Lauf über die Außen. Das klappt ja bis dato sehr gut. Ich will mich da gar nicht beschweren. Wenn wir so weit immer nach vorne kommen, bleiben wir auch dabei. Jetzt kommt aber ein Blitz von der linken Seite. Da können wir nicht herlaufen. Wir müssen über die rechte. Und Eddie George nimmt den Safety aus dem Spiel. Wunderbar. Und da ist die Lücke für Elliot. Und da ist er in der Endzone mit einem Jump. Kommt er ins gelobte Land. 6 zu 0 für die Cowboys. Ein riesenhafter erster Drive. Damit hätte ich nicht gerechnet gegen diese 97er Broncos. Der P.I.T. sieht auch gut aus. 7 zu 0 Dallas. Wir führen im Mile High Stadium in der Höhenluft von Mile High. Wer weiß, was Patrick Mahomes hier noch alles für Passrekorde aufstellen würde, wenn er mit seinen Chiefs nicht nur einmal im Jahr in der Regel hier antreten müsste. In der Höhenluft. Deswegen freut er sich auch so auf das nächste International Game der NFL in Mexiko. Musste vergangene Saison ja abgesagt werden. Jetzt habe ich gar nicht. Ja, wer sollte hier auch sonst Quarterback sein? Die Nummer 7. Mr. Denver Bronco. Schlechthin. Der gute John Elway. Das Tackling. Babababam bababam. Doch, wir setzen es auf aggressiv. Ich vertraue da meinen Jungs. Auch wenn wir vielleicht mal mehrere Mist-Tackles hinnehmen müssen. Aber ich glaube, das harte Tackle zahlt sich da schon aus. Erster und 10. An der 25 für Denver. Oh, wunderbar gestoppt. Leighton Fender Ash. Stopp, Lindsay. Im Backfield. Tackle for loss. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 11. So, wir ziehen unsere beiden Safeties jetzt nach vorne. Also, Earl Thomas und Xavier Woods kommen beide nach vorne, um den Druck auf Elway zu verstärken. Ich komme nicht aus dem Block raus. Also, bis dato nimmt mich der rechte Tackle der Denver Broncos komplett aus dem Spiel. Aber wieder ein Tackle for loss. Meine Jungs, die schließen aber die Lücken. Wir haben einen dritten und 12. Ballern der 23er. Also, die große Chance, die Broncos mit einem Free-and-Out direkt wieder vom Feld zu schicken. Elway wirft tief und der ist intercepted. Riesen-Play. Waltz, glaube ich, war es, der den Ball schnappt. Wieder sehr riskant. Wenn er den nicht fängt, den Ball verpasst, ist der Receiver weg. Aber, da vertraue ich meinen Jungs da hinten schon. Erster und 10. Bereits. Oh, wir sind bereits über der Mittellinie. An der 47-Jacht-Hinde der Broncos. Laufspiel Elliot über die linke Seite. Eddie George ist wieder als unser Vorbruch unterwegs. Ein Riesen-Spin-Move. Elliot hält den Ball fest. Und schon sind wir in Field-Goal-Range. Das läuft ja erschreckend gut. Neuer Erster und 10. Ja, ich will noch gar nicht auf das Passspiel wechseln. Wenn wir mal so ein Two-Score-Game als Führung hier haben, dann können wir mal darüber nachdenken. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir laufen über die linke Seite. Eddie George blockt vor. Hat gar keinen, den er vorblocken kann. Und Siki Elliot kommt bis an die 11-Jacht hin. Die Broncos kriegen das Laufspiel über die Außen der Cowboys nicht in den Griff. So, jetzt das Ding noch einmal irgendwie in die Endzone wuchten. Zone Week. Wir laufen jetzt über die linke innere Seite. Mangels Alternativen. Ich werte gnadenlos den nächsten Lauf über die Außen gemacht. Da sehen wir das junge Wildpferd, den Bronco. Und das Ende des ersten Quarters. Ist schon ein geiles Stadium hier. Mal high. Das kann schon was. Das muss man eigentlich sagen. Für mich eines der schönsten Freiluftstadien, die die NFL hat. Und so. Ja, ich will nicht. Ich will nicht passen. Wir sind an der 11-Jacht-Linie. Erster Versuch und 10. Zero-One-Trap. Also es geht durch die Mitte. Zero-One heißt zwischen Center und dem Guard. Gehen wir hindurch. Elliot kommt bis an die 6-Jacht hin. Er kriegt einen ziemlich harten Hit mit. Aber das ist ein Zweiter und Fünf an der 6-Jacht-Linie. Jetzt bekomme ich keine Läufe mehr über die Außen. Verstehe eine meiner Offense-Coordinator. So, wir bleiben am Lauf über die linke Seite. Halfback Blunt Dive. Da haben wir gerade eben eine sehr, sehr schöne Lücke bekommen. Wir sind ja schon an der 6-Jacht-Linie. Wieder geht es über Elliot. Da drängt er sich in die Endzone und kommt bis an die 1-Jacht-Linie. Aber noch nicht in die Endzone. First and Gold Cowboys von der 1. Auch da bin ich nicht traurig drum, weil das kostet Zeit. Und das ist eine gute Geschichte. So, wir nähern uns dem Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit. Oh, das ist eine reine Rushing-Defense, die wir da sehen. Das switchen wir doch mal per Autobahn auf einen Pass. Und der erste Pass im Spiel ist gleich ein Touchdown. Ein Yard-Pass von Prescott auf Keyshawn Johnson. Die Cowboys führen mit 13 zu 0. Ach, ist das ein schöner Start. Ich bin mehr als begeistert. Der Kick ist unterwegs. Wir haben ein 14 zu 0 auf dem Scoreboard. Zwei Sekunden noch zu spielen bis zum Two-Minute-Warning. Kick geht bis an die 1-Jacht-Linie. Wird jetzt retourniert. Bis an die 26-Jacht-Linie. Erster Versuch und 10. Für die Broncos. Jetzt muss sich der gute John Elway aber echt langsam was einfallen lassen. Wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen durch den Return. Beide Teams haben noch alle drei Auszeit. Und die Broncos müssen hier punkten. Ganz, ganz wichtig. Elway unter Druck. Und dann haut der so einen Ball raus. One-Handed Catch. Ein Rie. Was für ein Play. Also, Entschuldigung, ich bin begeistert. Also, erst mal war der Pass absoluter Wahnsinn. Dann ein One-Handed Catch quasi an der Seitenauslinie. Und dann läuft der in die Endzone. Was für ein Play der Denver Broncos. Da versagen sie mal. Also, der Catch war der Oberhammer. Noch besser kannst du es nicht machen. Ehrlicher Respekt. Da haben die Denver Broncos mir einen richtig schönen Touchdown reingesammelt. Wenn ich schon Punkte kassiere, dann zumindest auf schöne, spektakuläre Art und Weise. Das war geil. Muss man einfach so sagen. So. Damit verkürzen natürlich die Broncos auf 14 zu 7. Neun Sekunden hat der Drive nur gedauert. Ich quäle mich hier über das ganze Feld. Braucht da fast ein Quart dafür. Die Broncos brauchen da neun Sekunden für. So, der Kick geht bis in die Endzone. Oder wenn wir keinen Return sind, weil es... Oh doch, Sandoz. Ich dachte eigentlich, der wäre im Aus. Dreht sich leider Gottes in die falsche Richtung. Heißt, wir haben einen ersten und zehn an der eigenen 18-Jahr-Linie. Da kommen meine Cowboys wieder aufs Feld. Und überraschenderweise laufen wir weiter. Der erste Toss im Spiel. Heißt, wir laufen parallel zur Line of Scrimmage. Aber wir laufen über die linke Seite. Der hat wehgetan. Da bin ich froh, dass Elliot den Ball festgehalten hat. Sonst hätten wir hier ein echtes Problem gehabt. Die Broncos haben wir, glaube ich, gerade aufgeweckt. Nehmen wir die Four Verticals. Play-Action, Fake-Quick. Spiele ich nicht, wenn der Ball auf der linken Hashmark liegt. So, wir konzentrieren uns mal auf Jarwin. Und auf Elliot, mein Running Back. Und der hat ein First Down. Klassiert wieder einen Mörder-Hit, aber der Ball ist an der 28-Jahr-Linie. Erster Versuch und zehn für die Cowboys. So, die letzte Minute im Spiel läuft. Ich bleibe noch beim Laufspiel. Also, Eika, bin ich jetzt froh, wenn ich es schaffe, hier viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Und am Ende vielleicht ein Field-Goal-Try. Boah, da kam sie aber sofort rum. Die Broncos haben mal ihre Defense ein bisschen besser aufgestellt. Auch so gerichtet auf mein Spiel. So, wir gehen in einen Pass, 2. und 11. Wir nehmen den Texas, attackieren die Mitte mit Jarwin. Und mit Eddie George. Ich schicke Terrell Owens außen auf eine Hot Route. Gleich mal Richtung Endzone. Und los geht's. In der Mitte aber ist unser Tide End, Mutterseelen alleine. Weil es an der 46-Jahr-Linie mit noch 18 Sekunden auf der Uhr nimmt. Jason Garrett, die erste Auszeit meiner Cowboys. So, von der 46-Jahr-Linie kann ich kein Field-Goal schießen. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr nach vorne kommen. Wir nehmen die 4 Verticals dafür. Oh, und meine beiden Wide-Outs werden von den Cornerbacks kurz gedeckt an der Line-O-Skrimmage. Wir schauen mal, was die Safeties machen. Beide Safeties gehen da nach außen. Deswegen musste ich über die Mitte gehen, was jetzt auch nicht der Schlechteste war, denn wir sind an der 34-Jahr-Linie. 12 Sekunden noch auf der Uhr. Wir riskieren mal ein bisschen was. Nochmal wieder die 4 Verticals. Ich würde es gerne meinem Kicker noch ein bisschen leichter machen. Ich glaube nicht, dass ich in die Endzone kommen kann. Prescott versucht selbst, verliert ein Yard. Letzte Auszeit der Cowboys. Das war nicht gut gespielt. Ein 52 Yarder und das im Mile High. Sehr guter Kick. Der ist lang genug, oder? Jawohl, ein 2. Das ist ein 52 Yard Field Goal. Und die Cowboys führen wieder. Jetzt mit 10 Punkten gehen wir in die Halbzeit und wir haben wieder ein Two-Score-Game. So, wir sind in der zweiten Halbzeit, die wir mit einem Kick-Off eröffnen müssen. Deswegen waren mir die Punkte so wichtig, weil jetzt gleich ja die Offense der Broncos aufs Feld kommt. Das heißt, sie können nicht in Führung gehen mit ihrem nächsten Drive, den sie dort haben. Wir können uns also erst mal ein kleines bisschen beruhigt anschauen, was die Offense der Broncos jetzt spielt. Erster und Zehn an der 25 Yard-Lenie. Das ist ein Lauf über die Außen. Boah! Alter, was für ein Move. Tyrell Davis. Da kommt die nächste Denver Bronco-Legende. Die sehen immer noch salutierend in der Endzone. Erster und Zehn für die Broncos an der 38 Yard-Lenie. Also möglichst wenig Punkte in diesem Drive kassieren und viel Zeit von der Uhr nehmen. Das sind so die Sachen, die ich mir gerne vorstelle. Schöner Tackle. Tyrell Davis geht durch die Mitte, aber nur ein Jahr Traumgewinn. Bedeutet, wir haben einen zweiten Versuch. Und neun. Wir blitzen mit den Safeties. Also Earl, Thomas und Xavier Woods rücken jetzt gleich ein. Da kommen sie schon. Wieder ein Lauf. Linzay verliert Yards. Tackle for loss. Wir haben einen dritten Versuch und elf. Aber das ist wichtig. Sag mal, es ist immer dieser wichtige erste Drive in der zweiten Halbzeit. Wenn wir es schaffen, hier keine Punkte zu kassieren, wäre das wahnsinnig was wert. Lauf. Lauf. Hier wir go. Blue, laden. Seltsamer Tackleversuch von Earl Thomas. Ich habe einen Hitstick-Tackle probiert und der ging mal komplett in die Hose. Aber meine anderen drei Spiele aus der Secondary haben gut aufgepasst. Vierter und Fünf. Die Broncos müssen also punten. Wir haben es geschafft und das ist doch schick. Der Ball geht, ja, der geht in die... Uh. Uh. Der geht nicht in die Endzone. Ach, du heilige Kacke. Jetzt haben wir einen ersten Versuch und zehn an der eigenen Einjahrtlinie. Auweia. Da kann ich nicht über die Außen laufen. Da müssen wir es erst mal mit brachialer Gewalt probieren. Eddie George steht hinter Prescott und wird den Ball versuchen, irgendwie durch die Mitte zu lenzen. Jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Ball ist an der Sechsjahrtlinie. Damit kann ich doch arbeiten. Ich muss erst mal weg von der Endzone. Drive-Thru-Corner, also ein ganz sicherer Pass. Tell Ones. Den schicken wir gleich von der rechten Seite aus in Motion. Ich achte auch mal auf meine beiden Tiedands. So, Ones kommt. Ones hat den Ball. Es ist noch kein First Down. Wir sind an der 9-Yard-Linie. Oh, go, 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 go. Dritter Versuch und eins. Halfback, Stretch, Lauf über die Außen. Wir gehen über die rechte Seite. Eddie George ist unser Running Back und der hat einen First Down. Wird weggesenzt, dass es nur so knallt, aber wir haben einen First Down an der Sechs-, an der 29-Yard-Linie. An der 26-Yard-Linie. Hab ich mich noch nicht verguckt. Mann, 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 Mann. Ich war gerade etwas irritiert wegen der Uhr. Die läuft nämlich hier die ganze Zeit freudig weiter. Das ist ja genau das, was wir jetzt haben. Wollen wir nähern uns schon am Ende des dritten Quarters. Da ist Eddie George mal eben kurz an dem Middle Linebacker, den er eigentlich blocken sollte, mal komplett vorbeigelaufen. Wir werden wohl kein Play mehr im dritten Quarter sehen. Nein, genau so ist es. Das Spiel geht ins Schlussviertel. Wir führen immer noch mit 10 Punkten und wir haben den Ball mit einem 2. und 10 an der 25-Jahr-Linie. So, Halfback Stretch, Arc. Broncos haben sich jetzt aber auch komplett auf eine Rushing-Defense eingestellt. Also, wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Johnson und Owens jeweils auf Slam-Routes unterwegs. Ganz stark verteidigt von Sanders gegen Keyshawn Johnson. Incomplete Pass heißt, wir haben einen dritten und 10. Oh, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel riskiert. Tiedend Attack. Wir achten links außen auf Keyshawn Johnson. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Wir achten mal auf unseren Tiedend. Auf Jarwin. Gehen auf den anderen Tiedend. Was ist denn hier gerade los? Zwei ganz schwache Pässe von Prescott. Warum laufe ich Hank's denn nicht einfach weiter? Ja, ich hänge das Spiel gegen die Denver Broncos. Ist klar. So, wir müssen punten. Oh, der war gut. Der war sehr gut. Gut, 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 gut. An der 23-Jahr-Tiene kein Return möglich. Das war das optimale, was ich da rausholen konnte. Erster Versuch und 10 für Denver war es an der eigenen 23-Jahr-Tiene. 2 Minuten 44 noch auf der Uhr. Elway wird vollständig auf die 84. Das ist Shen Sharp, oder? Da haben wir die dritte Broncos-Legende. Ja. Den Tiedend der Broncos. Wir blitzen mit den Linebackern. Zweiter und drei. Ball liegt an der 30-Jahr-Tiene. Und das ist ein Sack. Da kommt die Marcus Lawrence ungeblockt durch. Der hat den Broncos wehgetan. Jetzt laufen die die letzten Sekunden runter bis zum Two-Minute-Warning. Ich glaube nicht, dass Elway da noch einen Snap nehmen kann. Nein, so ist es. Two-Minute-Warnings laufen jetzt die letzten zwei Minuten der Partie. Die Broncos haben einen dritten und elf an der eigenen 22-Jahr-Tiene. Müssen noch zweimal punkten. Drei Auszeiten haben sie noch zur Verfügung, aber das heißt natürlich, wie gesagt, da sie zweimal scoren müssen, werden sie ab jetzt auch mögliche vierte Versuche natürlich ausspielen. Der kommt nicht, der... Oh, nein! Shannon Sharp, noch verfolgt von Leighton Fender-Ash, kommt nicht mehr dran. Die Broncos sind in der Endzone. Ich gebe das Spiel hier gerade aus der Hand. Ich gebe mir alle Mühe, um das Spiel hier noch irgendwie zu verlieren. Mann, 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 Mann. Der PE-Team ist gut. 35. Oh, je, 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 je. Ich rechne mal mit einem On-Side-Kick. Nein, die Denver Broncos vertrauen ihrer Defense. Na gut, die hätte ich eh nicht retournieren können. Da ist es jetzt wurscht, da waren wir also gar nicht mal verkehrt aufgestellt. Ja, das war noch zu Zeiten, als unser Laufspiel funktionierte, als wir es auch noch gespielt haben. Erster und Zehner der eigenen 25-Jahr-Dinie. Wir führen nur noch mit drei Punkten. Eddie George ist unser Running Back. Es geht über die linke äußere Seite. Schöner Spin-Move von Eddie George. Nimmt den Kopf runter, Ball ist an der 33-Jahr-Dinie. Wir bleiben in Bounce und dadurch müssen die Broncos ihre erste Auszeit nehmen. So, wir nehmen wieder den Drive-Thru-Karner, wir schicken Terrell-Aunz von der rechten Seite aus in Motion. Hatten wir eben schon mal so ein Passing Play für zwei, drei Yards. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Keine Chance. Zweite Auszeit genommen von Denver und jetzt haben wir einen dritten und acht. Jetzt droht das gesamte Spiel hier zu kippen. Baller der eigenen 27-Jahr-Dinie. Ich brauche ein First Down. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Ein ganz, ganz wichtiges Play. Wir gehen auf den Tidey. Der ist Mutterseelen alleine. Halt den Ball fest, Junge. und das macht er. Dieses Play war vorentscheidend. Erster Versuch und zehn für Dallas an der 43-Jahr-Dinie. Die Broncos haben gerade ihre letzte Auszeit genommen. Jetzt können sie eigentlich nur noch hoffen, dass sie es irgendwie schaffen, hier ein Turnover zu forcieren. Wir laufen mit Elliot über die linke äußere Seite. Halfback Toss, also erstmal parallel zur Line-Off-Sprimwich. Gehen dann nach vorne. Elliot hält den Ball fest. Der Ball ist an der 47-Jahr-Dinie. Zweiter Versuch und fünf. Halfback Dive durch die Mitte. So, wir laufen mit Eddie George durch die Mitte. Der hat ein First Down Ball ist an der 41-Jahr-Dinie. So, die letzte Spielminute hat begonnen. Wir laufen mit Elliot durch die Mitte. kommt bis an die 38-Jahr-Dinie. Wir haben einen zweiten Versuch und sieben. Lauf Elliot über die linke äußere Seite. In Bounce bleiben, das aller allerwichtigste, damit hier die Uhr weiterläuft. Wir haben einen dritten Versuch und drei. Halfback Power O. Wichtiger dritter Versuch. Elliot über die rechte innere Seite. Da kommt er nicht nach vorne. Aber wir sind an der 34-Jahr-Dinie. Und den spielen wir aus. Passspiel. Wir achten auf unsere beiden Tie-Dans in der Mitte. Prescott läuft selbst. Hat ein First Down und springt im hohen Bogen in den Verteidiger der Broncos hinein. Da war einfach nur die Freude, weil wir dieses Kackspiel gewonnen haben. Fresse. Wir schlagen die Broncos 17 zu 14. Ich bin kurz davor, einen Termin beim Kardiologen zu machen. Aber wir haben gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.